ja herzlich willkommen leute zu einem neuen video von mir und zwar gibt es heute das bekannte raketensortiment world champion das gibt es immer bei lidl ich glaube irgendwas mit 1699 1799 kost das da wirklich sehr bekannt mit schönen bomben raketen und hier fontänen und auch vulkan wirklich sehr schön das werde ich jetzt komplett für euch testen ja ich habe das mal ausgepackt und zwar ist hier noch halt so ein schöner kleiner kleinen beutel drin wo diese kleinteile drin sind also wirklich sehr gut gemacht kann man das auch wirklich schön gut herausnehmen so würde ich mal sagen fangen mal mit den der bies fontäne an so machen wir gleich weiter die nächste bies fontäne die leiste crazy b so machen wir gleich weiter und zwar nehmen wir jetzt diese leuchtkugel batterie diese leuchtkugel batterie 60 schuss die steckt man halt hier in diese halterungen und da kann man die wunderbar abfeuern also leuchtkugel batterie 1 das war wirklich relativ schnell deswegen jetzt gleich die nächste 60 schuss leuchtkugel batterie so jetzt sind wir fast beim ende raketen kommen noch nicht jetzt machen wir noch hier diese zwei schönen überraschungsvulkane und zwar gleichzeitig so sehen sie aus und mal sehen lassen uns mal überraschen was da drin ist so 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 das war es fast jetzt kommen noch hier die super balladet da mache ich ein stück und ein super 1 ja muss sagen relativ laut die teile hätte ich nicht gedacht von wiko so und jetzt zum schluss natürlich noch das highlight die raketen und zwar jetzt hier von links nach rechts immer mal ein paar so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020